Unternehmer im Porträt, eine neue Ausgabe Führungspersönlichkeiten im 21. Jahrhundert. Wirtschaft interessiert ja immer mehr Menschen. Es ist interessant, womit Firmen und Unternehmer erfolgreich sind und am Markt letztlich realisieren. Und wir stellen heute wieder in dieser Sendung drei interessante Firmen vor. Und wir fangen an mit Steve Pearce. Und ich sage herzlich willkommen bei uns. Hallo. Aus Böblingen angereist von der Steve Pearce GmbH. Und wenn wir Steve Pearce hören, den Namen, dann können Sie zu Hause mal überlegen, was macht der Mann genau. Er macht Piercings, aber keine Piercings jetzt nur im Schönheitssinn, wie man so eben Piercings hat oder als Accessoire, sondern es hängt auch mit dem Thema Gesundheit zusammen. Wie kann das sein? Richtig. Ich bin der Gründer und Entdecker des sogenannten Migräne-Piercings und der Piercing-Punktur. Vorstellen kann man sich das. Wir kombinieren, wie eben richtig erwähnt, die klassischen Piercings mit dem medizinischen Aspekt, der Schmerzlinderung, Migränebehandlung, Allergien und dergleichen. Kommt das aus Amerika oder wo kommt das her? Nein, ich bin ein Entdecker davon. Also wirklich weltweit? Tatsächlich, ja. Wir sind da ein bisschen wie ein Kind in den Brunnen gestolpert. Das kam durch erste Berichte von Kunden von uns, die berichtet hatten, dass ihr Piercing an dieser Stelle, sie festgestellt haben, sie haben keine Migräne mehr. Und daraus ist dann eben das Interesse entstanden und dann haben wir weiter experimentiert und geschaut und so ist das Thema peu a peu gewachsen. Jetzt höre ich Ärztinnen und Ärzte möglicherweise, die zuschauen und sagen, Ah, Scharlatanerie, was macht der da? Da muss man ganz klar sagen, ihr könnt die Krankheit dahinter nicht verschwinden lassen, nicht behandeln, aber die Schmerzen, darum geht es letztlich. Das ist absolut richtig und ist auch ein ganz wichtiges Thema. Also wir bestehen und wir müssen immer darauf hinweisen, wir heilen nicht die Problematik, also nicht die Migräne oder die Allergien an sich, die besteht nach wie vor. Wir unterdrücken lediglich die Schmerzen und die Symptome. Das ist ganz wichtig. Scharlatanerie, das Thema, basiert auf Ohr-Argupunktur. Also jeder, der uns die Wirkung abspricht, spricht der Akupunktur eigentlich die Wirkung ab. Das ist ja ein ähnlicher Vorwurf, wie Ihnen gerade im Moment viele Homöopathen, Homöopathinnen, Naturheilärzte haben, die letztlich sich beweisen müssen und erklären müssen. Arbeitet ihr da zusammen mit zum Beispiel Homöopathen und mit Heilpraktikern? Richtig, also selbstverständlich ist sogar Pflicht in manchen Themen, wenn das zweifelhaft sein sollte, dass entsprechend Ärzte oder Heilpraktiker die Diagnostik stellen, die es uns untersagt, wir dürfen keine Diagnosen erstellen. Und wir arbeiten dann quasi in Anleitungen für diese Ärzte und Heilpraktiker, eben machen wir dann dieses Piercing. Der Unterschied besteht ja nur darin, dass Akupunktur wieder entfernt wird und die Symptome oftmals dann wiederkommen. Und bei uns eben durch die Dauerstimulation eben eine dauerhafte Linderung im Optimalfall bestehen bleibt. Ich denke mal an ein Beispiel Bandscheibenvorfall. Da haben ja auch immer mehr Menschen mit zu tun. Rücken ist ja wirklich eine Volkskrankheit geworden. Wenn ich jetzt also einen Bandscheibenvorfall hätte, da sind ja viele Schmerzen mit verbunden, könnte das Piercing da auch wirken? Ja, ich war da selber betroffen davon und das ist ein sehr wichtiges Thema. Hier ist zum Beispiel der Aspekt ganz wichtig, ist es ein sinnvoller oder ein sinnloser Schmerz? Sprich, ist der Bandscheibenvorfall so weit fortgeschritten, dass der Arzt sagt, wir müssen zwingend operieren, ist Taubheitsgefühle oder Spätfolgen sind die Gefahr? Dann ist es für uns natürlich, dürfen wir nichts machen. Ist aber, sagt der Arzt, wir spritzen ein, Schmerzhinderung, Schmerztabletten, bewegt dich, damit das geheilt wird, genau dann ist unsere Arbeit absolut gut, weil wir eine dauerhafte Schmerzunterdrückung haben, dadurch entsprechend eben die Selbstheilung aktiviert werden kann, wenn die Person sich wieder gesünder bewegt, Sport machen kann. Das heißt, ich kann zu meinem Arzt gehen und der überweist dann und die Krankenkasse zahlt das? Nein. Leider nicht. Wie bei den meisten Sachen, die sinnvoller Wirkung zahlt die Kasse nicht. So ist bei uns natürlich auch Selbstzahlleistung. Bei uns kostet ein Piercing 50 Euro und da ist sehr vielen Menschen schon für sehr wenig Geld sehr viel geholfen. Gibt es denn auch Fälle, wo ihr sagt, das geht jetzt nicht? Also da können wir das nicht verantworten, das Piercing zu setzen, beispielsweise weil dadurch vielleicht auch neue Schmerzen und Probleme entstehen. Also so ein Piercing kann ja auch, sag ich mal, sehr stark jucken zum Beispiel oder gereizt Reizungen erzeugen, oder? Danke für den Anschluss. Das ist tatsächlich ein Thema und zwar ist unsere Kunden. Wir haben eine sehr große Facebook-Community-Gruppe, wo wir sehr viel Wert am Anfang drauf gelegt haben. Wir möchten nichts versprechen, frag unsere Kunden. Das ist unsere Facebook-Gruppe, die nennt sich Piercing.fakten und Erfahrungen mit über 27.000 Kunden inzwischen. Und dieses Kribbeln und Jucken ist sogar ein gutes Zeichen. Denn unsere Kunden berichten, wenn sie einen typen normalen Migräne hätten oder wissen, heute wäre ein Migränetag, dann beginnt das Piercing leicht rot zu werden, warm zu werden, juckt, aber die Migräne kommt nicht durch. Das ist das Thema, die Migräne ist da, aber der Schmerz kommt nicht mehr durch. Also die Patienten merken, oh, heute hätte ich Migräne oder der Schmerz kommt leicht durch. Sie stimulieren das Piercing selber und der Schmerz geht dann weg. Jetzt bleibt ja trotzdem noch der Modeaspekt, der Beautyaspekt, sag ich mal, wenn ich ein solches Piercing ja aus Schmerzgründen mir zulege. Das heißt, ihr habt auch verschiedene Modelle und verschiedene modische Piercing-Accessoires. Richtig, wobei wir speziell einen eigenen Stecker entwickelt haben, speziell aus Teflon, das ist Polythetrafluethylen. MRT-tauglich, viel glattere für die Wundheilung haben wir speziell dafür entwickelt, weil eben viele Patienten ja auch regelmäßig mit MRT müssen, da eben tauglich ist. Müssen wir erklären, also die quasi mit Magnetwellen durchleuchtet werden. Warum ist das so bei euch? Ach so, wegen Bandscheibenvorfall, wegen Rückenthema. Also Migräne-Patienten müssen ja sehr häufig doch auch ins MRT, um zu gucken, ob neurologisch irgendwelche Schädigungen sind oder jemand, der chronisch ins MRT muss, weil er vielleicht irgendwelche neurologischen MS zum Beispiel. Wir müssen ja regelmäßig einmal mehr ins MRT. Wie kommt das, dass das von euch erfunden wurde, aber noch nicht weiter verbreitet ist? Warum machen das nicht viel mehr noch? Warum ist das weltweit kein Riesentrend? Gibt es inzwischen leider, leider, leider immer mehr. Also wir, mein Team, wir sind vier Studios inzwischen, haben um die 60.000 Patienten inzwischen schon behandelt und Kunden. Das Problem ist, es gibt sehr viele, die auf den Zug aufspringen, ohne Fachwissen, ohne Fachkenntnis natürlich, da jetzt wild drauf losstechen und damit unsere Arbeit eigentlich kaputt machen. Weil ich hatte Fälle, wo Patienten zu uns kamen und Kunden und gesagt haben, ja, ich war in dem Studio, habe gefragt, macht ihr das Migräne-Piercing? Und der Piercer sagt, ja, wo hättest du es denn gern? Und da wir natürlich auf Akupunkturbasis arbeiten, ist natürlich der spezielle Punkt das Entscheidende. Und dann ist natürlich, es hat nicht gewirkt bei mir. Es funktioniert ja nicht. Das ist ein mangelndes Wissen der Mitbewerber. Hochinteressantes Thema. Vielen Dank für den Besuch. Steve Pierce war das aus Böblingen, der berichtet hat über seine Firma. Er hat das erfunden. Piercings zur Schmerztherapie, zur Schmerzlinderung. Wir blenden jetzt die Adressen, auch die Facebook-Seite unten ein. Für alle, die sich interessieren, können sich da dann online wie immer interessieren. Vielen Dank, Steve Pierce. Unternehmer im Porträt. Es geht weiter mit unserem nächsten Gast. Und der hat uns aus dem Osten der Republik besucht, aus Chemnitz. Denn dort sitzt das deutsche Edelsteinkontor. Also die Richtung ist klar, es geht um Edelsteine. Genauer gesagt um Farbedelsteine. Und der Chef ist hier, Chris Pampel. Hallo, schönen guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Ich sage das gerade, Farbedelsteine, das ist das, was ihr macht, das, was Sie machen. Das muss man unterscheiden von den, naja, eben nicht farbigen Edelsteinen, das heißt den Diamanten. Wo ist da der Unterschied? Ja, der Diamant ist letztendlich ein Edelstein, der im Fokus steht. Ja, mit dem The girls are best friends, der Diamant, ein Satz, der durch die Schmuckindustrie geprägt worden ist und deshalb sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Der Farbedelstein dagegen, ein Stein, der eben nicht ganz so bekannt ist, allerdings als Investment deutlich bessere Eigenschaften hat und daher auch interessanter ist. Und darum geht es heute. Es geht um Edelsteine als Investment. Das heißt, Ihre Firma in Chemnitz, das Deutsche Edelsteinkontor, kümmert sich darum, Edelsteine zu finden. Das ist ja nicht so einfach, damit man in Edelsteine investiert. Warum sollte ich denn in Edelsteine, in Farbedelsteine investieren und nicht in Aktien und nicht in Gold zum Beispiel? Also grundsätzlich, für wen ist ein Edelstein-Investment geeignet? Wir sagen für Anleger, die zehn Jahre und länger Geld investieren möchten, also der Edelstein gehört zum langfristigen Teil des Vermögens, mit einer Beimischung von etwa 5 bis 7 Prozent. Und als Beimischung betonen wir immer, es ist die logische Ergänzung zu einem bestehenden Edelmetall-Investment, wenn man Vermögen konzentrieren möchte auf engsten Raum, ohne metallische Effekte und natürlich auch von den Wertsteigerungen eines Rohstoffs, der zur Neige geht, profitieren möchte. Das heißt, wenn ich im Moment irritiert bin von der Volatilität in meinem Aktiendepot oder in meinem Fonddepot, dann könnte ich über Edelsteine nachdenken. In welchen Größenordnungen geht das? Und es hat ja einen, wenn man so will, Nachteil. Die Edelsteine werden anders wie Gold und wie Aktien und wie Fonds nicht an Börsen gehandelt. Das ist vollkommen richtig. Wir müssen unterscheiden, dass der Farbedelstein als Investment besondere Kriterien erfüllen muss. Wir unterscheiden die Schmuck von den Investment-Edelsteinen. Ein Schmuckstein ist in der Regel ein Stein, der sehr schön aussieht. Aber in der Regel behandelt ist, erhitzt mit Chemikalien oder bestrahlt, um seine Eigenschaften zu verbessern, damit er einfach schön ausschaut. Der Investment-Edelstein dagegen ist von Haus aus ein Stein, der wunderschön ist, in seinen Eigenschaften perfekt und eben natürlich nicht behandelt. Und man sagt nur zwei bis drei Prozent maximal der Farbedelsteine, die gefunden werden, erfüllen diese Kriterien als Investment-Edelstein. Und das ist entscheidend. Da muss man eben auf die Qualität achten. Was bei der Immobilie die Lage, Lage, Lage ist, ist beim Farbedelstein die Qualität. Und bei einem späteren Wiederverkauf gilt es natürlich zu achten, wie bei der Immobilie auch, Zeitdruck ist ein schlechter Ratgeber. Es ist kein Rohstoff, der börsennotiert ist, sondern letztendlich über Auktionen, Messen oder auch andere Edelsteinhändler wieder verkauft werden kann. Aber in Zeiten einer Niedrigzinsphase oder einer Nullzinsphase, die wir jetzt hoffentlich überwunden haben, ist es ja so, dass trotzdem Edelsteine sich entwickeln im Wert. Wie viel Prozent ist das pro Jahr etwa? Also wir haben uns das angeschaut, die Wertentwicklung für Investmentfarbedelsteine, also Steine besonders hoher Qualität, liegen die Wertsteigerungen unabhängig von politischen und wirtschaftlichen Krisen jedes Jahr bei etwa 5 bis 7 Prozent und es kommt zu tatsächlich nochmal Preisaufschlägen, wenn begehrte Fundstätten erlöschen und der Rohstoff versiegt, dann sehen wir nochmal deutlich steigende Preise. So geschehen bei den Rubinen aus der Burma-Region, aus der Mokok-Mine, die seit Ende der 90er Jahre nicht mehr gefunden werden und seitdem im Preis sich versiebenfacht haben. Man muss aber festhalten, der Farbedelstein wird in erster Linie gekauft, um wirklich Vermögen zu konzentrieren. Werte zu sichern und in die nächste Generation zu übertragen, bequem weitergeben zu können. Jetzt muss man sagen, es gibt ja immer wieder auch Kritik natürlich in den letzten Jahrzehnten, die den Abbau der Edelsteine betreffen. Das heißt, in diesen Minen, das sind zum Teil natürlich Länder, die von den Standards nicht unbedingt so entwickelt sind wie die westlichen Länder, da werden Arbeiter im Zweifelsfall nicht so gut behandelt. So hört man das. Wie ist der aktuelle Stand? Muss man ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich jetzt einen Investment-Edelstein kaufe, als Investment, dass ich damit sozusagen, naja, im übertragenen Sinne Blut an den Fingern habe? Also bei den Farbedelsteinen kann man an der Stelle wirklich das Thema ausschließen, weil man wirklich eindeutig befunden kann in einem wissenschaftlichen Befundbericht, wo der Stein herkommt. Und wir achten dann darauf, dass das Fairtrade gehandelte Edelsteine sind, also konfliktfrei eingekauft werden. Wie ist das mit der Lagerung? Wir haben gesagt, die Edelsteine, die Investment-Edelsteine, die trage ich nicht, die kaufe ich nicht für meine Frau, damit die die in der Brosche oder an der Kette trägt, sondern die sind möglichst im Safe. Das wäre unsere Empfehlung, ja. Man hat entweder die Möglichkeit tatsächlich in seinem eigenen Safe die Steine zu verwahren oder bei größeren Investments in Edelstein lohnt es sich durchaus, über eine Zollfreilagerung nachzudenken, weil man neben der versicherten Verwahrung natürlich die deutsche Mehrwertsteuer spart und man den Investitionsbetrag von Haus aus einfach besser veranlagen kann, höherwertige Steine kaufen kann. Letzter Punkt. Edelsteine sind natürlich irgendwo auch knapp. Das ist ja auch eine Geschichte, die den Wert ausmacht. Alle Rohstoffe sind irgendwo endlich. Wie ist das prinzipiell bei Investment-Edelsteinen? Wenn jetzt ein großer Run entstehen würde auf Edelsteine als Investment, sind die begrenzt, sind die derzeit irgendwo knapp oder wie ist der Stand der Dinge? Ich präge da immer ganz gerne den Begriff der geologischen Seltenheit und da habe ich zwei, drei Zahlen mitgebracht. Wenn wir uns das anschauen, Gold wurden im Jahr 2021 3000 Tonnen weltweit gefördert. Bei den Diamanten reden wir von neun bis zehn Tonnen, also richtige Mengen. Und bei den Farbedelsteinen Rubin, Saphirs, Maragd sprechen wir von 600 Kilogramm lediglich. Und das Angebot, das geologische Angebot in der Natur ist einfach deutlich begrenzter als bei anderen Rohstoffen. Und alles, was begrenzt ist, ist ein wunderbarer Wertspeicher. Und natürlich auch, sobald der Rohstoff versiegt, und das sehen wir, weil die Fördermengen bei Farbedelsteinen sind auf einem niedrigen Niveau, konstanten, aber niedrigen Niveau. Und in einer Mine wird nur auf eine begrenzte Zeit tatsächlich Steine gefunden. Und daher sind das wunderbare Rahmenbedingungen, um ein gut strukturiertes Portfolio, um das Thema Farbedelsteine zu ergänzen. Noch dazu vor dem Hintergrund, es verhält sich ähnlich wie bei Kunst oder auch wie bei Oldtimern. Es ist ein Vermögenswert, der nicht standardisiert ist, nicht registriert ist. Das heißt, keinen staatlichen Interessen unterliegt, wie zum Beispiel Immobilien oder Wertpapiere und damit wirklich eine wunderbare Beimischung ist in einem gut strukturierten Portfolio. Also, auch wieder ein sehr interessantes Thema, ein interessantes Unternehmen. Edelsteine als Investment, haben wir gelernt, sind in diesen Zeiten ein interessantes Thema. Chris Pampel war das. Vielen Dank für den Besuch vom Deutschen Edelsteinkontor in Chemnitz. Vielen Dank. Unternehmer im Porträt, interessante Firmen und ihre Konzepte stellen wir vor in dieser Sendung. Und unser dritter Gast für heute hat wirklich auch was Interessantes und sehr zeitgemäßes, etwas sehr Aktuelles als Unternehmensziel, nämlich das Problem, in dem sich heutzutage ja sehr viele Unternehmen befinden, nämlich Mitarbeiter zu finden. Der berühmte Fachkräftemangel. Und dazu begrüße ich aus Ida-Oberstein Sascha Reinhardt. Herr Reinhardt, grüße Sie. Ich habe es eben gesagt, der Fachkräftemangel ist ein Riesenproblem. Ihr habt mit dem Team bei Use2Connect, so heißt die App, eine neue sogenannte Jobmarkt-App entwickelt. Was macht denn diese Jobmarkt-App und warum ist die gerade derzeit so wichtig? Ja, also wir haben halt wirklich die Thematik, nicht in jeder Branche und auch nicht in jeder Region, aber das Thema Arbeitnehmermarkt ist natürlich sehr fortschreitend. Das Problem heute ist in unseren Augen, dass die Prozesse, Mitarbeiter zu finden, einfach nicht mehr zeitgerecht sind. Die Unternehmen suchen heute ja nicht wirklich, sondern sie schalten Anzeigen in unterschiedlichen Plattformen, in Netzwerken und gehen auch über Social Recruiting und versuchen dann, Leute auf sich aufmerksam zu machen, die sich dann bei Ihnen bewerben. Sie müssen alles durchgehen, gucken, wer passt zu uns und kommen dann erst zu dem Punkt, wo sie Mitarbeiter einstellen oder zu sich einladen und dann halt die Mitarbeitergespräche führen. Und das verkürzen wir halt komplett. Warum ist das so kompliziert heute, die richtigen Mitarbeiter zu finden? Es gibt ja, wie gesagt, diesen Mangel bei Fachkräften, aber auch ansonsten tut sich der Arbeitsmarkt da in gewissen Branchen zumindest sehr schwer. Was macht das so kompliziert? Also ich glaube wirklich, dass es früher war es einfacher gewesen. Man hat eine Anzeige irgendwo in der regionalen Zeitung geschaltet. Die Leute haben gesucht in diesen Zeitungen, weil es gab halt nur dort diese Angebote oder halt über Empfehlungen. Und heute ist es halt so breit aufgestellt, dass es für ein Unternehmen schwierig ist. Soll ich da Werbung schalten, da eine Anzeige schalten, da eine Anzeige schalten? Weil die Zielgruppe muss ja dann dort auch irgendwie registriert sein und dort suchen. Und wir wollen das halt einfach abkürzen, indem wir sagen, es gibt eine App, in der man sich registrieren kann. Und genau das ist die Philosophie von Just to Connect. Genau, Just to Connect in Ida-Oberstein entwickelt. Ihr rollt das jetzt aus bundesweit. Also eine ganz neue App ist das. Die ist jetzt gerade erst entstanden. Ist nicht auch entscheidend wichtig heutzutage, dass die Mitarbeiter von heute, die Mitarbeiterinnen, die künftigen in einer Firma, dass denen andere Dinge wichtig sind als noch vor 10, 20, geschweige denn 50 Jahren? Also diese berühmte Job-Life-Balance zum Beispiel, die macht ja Unternehmen auch zumindest in vielen Bereichen Probleme, oder? Naja, es gibt halt Unternehmen, denen fällt das relativ einfach. Also viele junge Menschen gehen natürlich lieber zum Beispiel in Start-ups rein, weil sie sagen, okay, das ist die Unternehmenskultur, so wie ich mich eigentlich wohlfühle. Das sind junge Menschen um mich rum. Ältere Unternehmen tun sich da schon schwieriger, müssen sich auch anpassen, weil sie sonst natürlich irgendwann hinten runterfallen. Also das ist ein Riesenproblem. Dann geht es natürlich um das Thema Wertschätzung, was sehr, sehr wichtig für Angestellte oder immer wichtiger wird für Angestellte. Und das ist auch gut so. Faire Bezahlung, Wertschätzung, auch mal ein bisschen Freiheiten geben. Und in diese Richtung sollte es halt viel weiter entwickelt werden. Ich glaube, so ist die App auch entstanden, dass ihr im Team so gemerkt habt, es gibt ganz viele Menschen in eurem Umfeld, die unglücklich sind mit ihrem Job. Ja, genau. Das Gorilla ist ja eigentlich, wir reden von einem Arbeitnehmermarkt. Die Unternehmen tun sich schwer, Mitarbeiter zu finden. Auf der anderen Seite hatten wir jetzt, Stand Mai, 2,26 Millionen Arbeitslose. Stand März, die Zahlen sind noch nicht so frisch, oder nicht so aktuell, 550.000 Menschen, die in Kurzarbeit sind. Das heißt, wir reden da von 2,6, 2,7 Millionen Menschen, die eigentlich arbeiten könnten, es aber nicht tun. Gleichzeitig haben wir aber von 34 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland, gibt es Statistiken zu, dass fast die Hälfte aller Angestellten nicht wirklich zufrieden mit ihrem Job sind. Das heißt, das ist ein Riesenpotenzial. Dann fragt man sich, warum trifft sich das nicht? Wie kann es trotzdem sein, dass Unternehmen so an Fachkräftemangel leiden? Es matcht nicht. Es matcht nicht, genau. Und aus dem Grund haben wir halt gesagt, okay, wir müssen das Ganze vereinfachen. Weil wenn man zum Beispiel Unternehmen bzw. Arbeitnehmer fragt, du bist nicht glücklich in deinem Job, wieso suchst du dir nicht was Neues? Dann heißt es eigentlich in erster Linie immer, entweder ist mir zu kompliziert, wo soll ich überall schauen? Ja, dann muss ich mich bewerben, das ist zu aufwendig. Der zweite Punkt, ganz entscheidend, wenn jemand unglücklich in seinem Job ist, liegt es ja meistens daran, dass das Umfeld nicht passt. Und dann ist einfach die Gefahr, wenn ich Verantwortung habe, zum Beispiel zwei Kinder, dass andere Kollegen oder der Vorgesetzte das mitbekommen, dass ich auf Jobsuche bin und ich riskiere damit meinen Job. Und genau deswegen haben wir Use2Connect entwickelt. Wir haben gesagt, okay, wir machen eine App, dort kann sich jeder, der gerade unglücklich in seinem Job ist oder halt wirklich akut nach einem Job sucht, kostenlos registrieren, kann sich ein Profil erstellen, wo er einträgt, was zeichnet ihn oder sie als Mitarbeiter, Mitarbeiterin aus und was erwartet diejenige Person von ihrem neuen Job? Das heißt, was möchte sie verdienen? In welcher Region möchte sie arbeiten? Welche Tätigkeiten möchte sie ausführen? Und was ist ihr sonst noch wichtig? Wie zum Beispiel Homeoffice, flexible Arbeitszeiten oder man sagt, okay, ich muss mein Haustier mit auf die Arbeit bringen. Man kann einfach alles eintragen. Und Unternehmen können sich bei uns kostenlos registrieren, erstellen sich ein Unternehmensprofil und können dann anhand der Attribute, die eingegeben worden sind, sich die Profile rausfiltern, die für sie interessant sind, aber sie sehen nicht, das ist ganz entscheidend, sie sehen nicht, wem gehört dieses Profil, weil wir die Identität den Leuten schützen wollen. Und wenn ein Unternehmen sagt, okay, das ist sehr, sehr interessant, dieses Profil, ich möchte wissen, wer steckt dahinter, schicken sie eine Kontaktanfrage. Die kostet 10 Euro, das ist ein sehr, sehr günstiger Preis. Wenn man überlegt, was sonst allein das Schalten von Anzeigen kostet und derjenige, dem das Profil gehört, bekommt eine Benachrichtung von uns, hi, Unternehmen XY interessiert sich für dich, kann sich das Unternehmensprofil in unserer App anschauen und dann frei entscheiden, okay, das match, das finde ich interessant und gibt die Kontaktdaten frei, dann geht alles weitere seinen Weg. Oder sagt, oh nee, von dem Unternehmen habe ich nichts Gutes gehört oder das ist vielleicht sogar gerade das Unternehmen, bei dem man beschäftigt ist, wo man ja eigentlich weg will und kann die Kontaktanfrage ablehnen und taucht dann für 90 Tage nicht mehr in Suchen von diesem Unternehmen auf. Und so entsteht halt ein viel, viel kürzerer Prozess, der viel effektiver ist. Ja, und für alle, die sich jetzt natürlich informieren wollen über diese neue App, wir haben ja gesagt, es ist eine Neugründung, auch hier blenden wir jetzt wieder alle Informationen ein zu der neuen Jobmarkt-App Use2Connect und ja, vielen Dank an Sascha Reiner, das ist wieder Oberstein, an den Neugründer. Vielen Dank. Und vielen Dank fürs Zuschauen, das war unsere Sendung, das war Unternehmer im Porträt, Führungspersönlichkeiten im 21. Jahrhundert. Bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017